Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Motorsport-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nikfrei Zockt, Motorsport Manager. Ja, wir sind vor dem Rennen in Peking und ich habe das Video hier leicht bearbeiten müssen, gebe ich offen zu, deshalb hört ihr momentan keine Musik. Und ja, ich überquatsche sozusagen meinen ursprünglichen Kommentar, den ich gemacht habe, denn der war, also ich war nicht zufrieden damit, sagen wir es einfach mal so. Ja, wir sind vom vorletzten Rennen und sieht eigentlich ganz gut aus hier. Wir sind glücklich und so weiter, eingestuft von unserem Vorsitzenden und ja, wir nehmen mal das Interview. Und das ist jetzt halt alles nachkommentiert, das heißt, alles Geklicke ist nicht synchron und ich weiß nicht, ob das mit der Verabschiedung wirklich klappt. Und ich weiß nicht, wie lange das Video wird, nachdem ich es dann nochmal gecuttet habe, aber ich wollte das Original-Kommentar halt nicht drin lassen. So, also langsam dürfte ich doch mal auf Interview annehmen klicken. Ich habe so viel erzählt, ich habe zu viel erzählt und ich habe mich wieder zu sehr beschwert und zu sehr rumgejammert und das will ich nicht und deshalb habe ich gesagt, nee, das lade ich nicht hoch. Das Video schneide ich nochmal zusammen, weil wenn ich ein 24-Minuten-Video habe, wovon ich 14 Minuten meckere, dann ist das kein Gameplay mehr. Und das will ich nicht mehr hochladen. So, aber jetzt dürfte ich doch wirklich mal auf annehmen klicken. Klicken, 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 wie auch immer. Das ist witzig, wenn man sich nachkommentiert und weiß gar nicht, was im Video passiert. Aber was ich vielleicht an der Stelle mal erwähnen kann, was ich auch erwähnt habe, ist einfach die Tatsache. Ah, jetzt habe ich draufgeklickt. Okay, machen wir dann nach. So, Sie haben im letzten Rennen mit Casino einen schnellen Boxenstopp versucht, was aber zu einem Fehler geführt hat. Ihr Vorsitzender hat die Entscheidung kritisiert und sagte, Motorsport ist kein Glücksspiel. Tja, wir mussten es versuchen. In diesem Sport zählt jede Sekunde. Oder da hat er recht, hätte vorsichtiger sein sollen. Oder wenn Naturo nicht so schlecht gefahren wäre, wäre der Boxenstopp gar nicht erst nötig gewesen. Tja, wieder so eine Frage. Eigentlich müssen wir hingehen und müssen sagen, wir mussten es versuchen. In diesem Sport zählt doch jede Sekunde. Oder? Eigentlich müssen wir das nehmen. So, nehmen wir das irgendwann nochmal? Ich weiß das nicht. Gut, dann komme ich nochmal schnell auf das andere Thema zu sprechen. Ich habe kurz in meiner Wutrede, die ich da von Stapel gelassen habe, auch nämlich mal erwähnt. Und das möchte ich dann doch mal erwähnen. Dass ich zwar in einem YouTube-Netzwerk bin und meine Videos monetarisierere. Aber dass die Einnahmen aus YouTube im Gegensatz zu dem, was viele erwarten, nicht dazu ausreichen, dass ich hier ein luxuriöses Leben führen kann. Sondern eventuell, ja, gerade mal... Ja, die sind doch nicht mal kostendeckend. Sagen wir es einfach mal so. Ja, das heißt, ich investiere in YouTube-Geld. Das ist ein Hobby, was mich de facto Geld kostet zurzeit. Und deshalb möchte ich einfach mal allen Leuten danken, die mich unterstützen, damit, dass sie über MMOGA, wenn sie dort Spiele kaufen, über meinen RefLink gehen. Und ich möchte allen Leuten danken, die, wenn sie etwas bei Amazon kaufen, über meinen RefLink gehen und mich damit auch finanziell etwas unterstützen. So, jetzt haben wir die Antwort gegeben. Ich hoffe, ihr habt sie mitgekriegt. Und ja, Fahrzeugreparatur ist beendet. Dann gucken wir mal rein hier, ne? In dieses Fahrzeug. So, die Teile hier, die werden gerade hoch gepimpt. Und die Flügel. Ja, die Flügel ist so eine Geschichte, ne? 82 Prozent. Da habe ich mich, glaube ich, verklickt und habe was ganz anderes gesucht. Das habe ich gesucht, genau. Nämlich, wie ist denn die Leistung der Teile, die wir für nächste Saison gebaut haben? Die ist überall oben. Und die Leistung der Teile, die im Auto sind, ja, die können wir noch ein bisschen steigern. Ansonsten sieht es ganz gut aus hier über Steam. Wir haben eine Marktfähigkeit von 16 Prozent. Und wir haben doch hier diese Stufe erforscht. Deshalb verstehe ich nicht, warum der immer Fehler macht, dieser Casino. So, Fahrer haben wir auch einige gescoutet. Unsere Finanzen sollten reichen für die letzten beiden Rennen. Und das Angebot hier, die Sponsorenangebote, die sind nicht wirklich so tolle. Also, wenn ich mir mal selbst zugucke, wo ich da überall rumklicke und soll das nachkommentieren, ich kann die Gedankengänge nicht ganz nachvollziehen. Ach so, genau, da habe ich mich gerade beschwert, weil einer meinte von wegen, ja, ich müsse doch nicht unbedingt Geld anfordern vom Vorsitzenden, sondern ich könnte doch auch ins Minus gehen. Da habe ich gesagt, ja, das weiß ich, aber das war doch einfach ein easy Zug, ohne ins Minus zu gehen, sich nochmal 500.000 abzuholen und dann mit unserem Ergebnis sozusagen direkt wieder alles hoch zu pushen bei unserem Vorsitzenden. So, wir fahren 38 Runden, scheint eine kurze Rennstrecke zu sein. Und Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit ist wichtig. Kurvenhohes Tempo ist kritisch. Das heißt also, Motor, Gangschaltung und Flügel werden belastet und das Qualifying wird vermutlich regnerig. Und da rechne ich mir doch mal wieder was aus, weil im Wetterchaos, da konnten wir bisher recht gut punkten. Oder nicht? Doch, eigentlich schon. So, Teile verbessern, nochmal reingucken. Wir wollen das ja eigentlich nicht so wirklich pushen. So, Abstimmung gibt es auch noch, haben wir gerade gesehen. Längere Rennen. Gucken, wann ich das im Gameplay rauskriege. Wahrscheinlich gar nicht. Habe ich weggecutt oder so. So, da haben wir einen Bruchpilot, geborene Anführer. Drei Sterne, aber nur 6% Marktfähigkeit. Das ist kein Fahrer, der uns interessiert, weil auch das Feedback ist schlecht. Ja, was sollen wir mit dem? Können wir wegklicken. Klick weg, komm, klick weg, macht keinen Sinn. So, Scouting Report. Da sehen wir das nochmal. Und hier kommt dann die Abstimmung. Längere Rennen ab 2016. Gucken wir rein. Die wollen im Schnitt 35 Runden fahren. In zwei Tagen soll die Abstimmung sein. Und so längere Rennen, ich weiß nicht. Ich glaube, da können wir uns unsere Abstimmung sparen. Wen interessieren längere Rennen? Uns noch nicht. Wir sind immer froh, wenn sie rum sind. Und wir irgendwie Platz 9 Intus hatten. So, dann gibt es hier eine Rennveranstaltung von der GT Championship, also der Großen, der International. Gabler führt hier an vor Lorry. Und Cruises of Fear in der Meisterschaft. So, wir sind wieder bei uns im Büro. Es werden noch ein paar Leute gescoutet. Noch zwei Stück stehen an. Und dann kommen wir zur Abstimmung. So schnell geht's. Ja, war eine ganz kurze Woche eigentlich nur hier, die wir in der Vorbereitung hatten. Wir sind schon 15 Tage vorm Rennen. Wir wollen uns enthalten. Also Abstimmung. Wir enthalten uns. So, jetzt gibt es eine Enthaltung. Dann einen dafür. Dann noch einen dafür. Na super. Und noch einen dafür. Ich will keine langen Rennen. Hey, ich stimme mal einer dagegen. Jawohl, ja. Und noch einer dafür. Ach, du lieber Himmel. Und jemand dagegen. Und der enthält sich. Und jemand dagegen. Und jemand dagegen. Das ist unentschieden. Dann kommt jetzt der Ernie Heckel Rock. Und stimmt auch noch dagegen. Dankeschön, Ernie. Weil es eben, ja, gleich war. Hat er die letzte Stimme. Und draußen lädt gerade irgendjemand was ab. Das scheppert und kracht und rumpst. Ich hoffe, mein Auto lebt noch. Alter, was schaffen die denn? Da nimmst du gerade mal was auf. Und schon fangen die an und ruinieren alles. So, weiter geht's, dass wir abreisen können. Jetzt wird es aber Hardcore da draußen. So, 25% Marktfähigkeit. Aber 20% kommen hier von Filmen. Und die laufen in ein paar Wochen ab. Feedback 17, 4 Sterne. Ein guter Fahrer wäre es vielleicht als Fahrer 1. Gesponsert von einem anderen Fahrer. Da sind wir in Peking. Da steht es auch. Kurze Rundenzeit. Ja. Und hier bricht es aus irgendwie. Ich weiß ja auch nicht. So, 38 Runden. Eine Minute und vier. Hier ist jetzt überall Krach um mich rum. Ich könnte gerade die Krise kriegen, weil überall Krach ist. Ich hoffe, das Video kommt gleich zum Ende. Wir haben zwei Angebote. 100.000 ist die größte Fixleistung, die wir haben. Also auf die 100.000 können wir auch noch verzichten. Wir hoffen da auf einfach ein besseres Angebot. Besseres Grundfixum. Ich will ja keine Werbung machen für irgendjemand. Und dafür kein Geld kriegen. So, weiter geht's. Und dann ist Abreisetag. Ist Abreisetag? Das ist die Frage aller Fragen. So, da sind die Teile fertig. Oh, was können wir denn da mal machen? Ich würde sagen, dann nehmen wir mal so ein paar grüne Teile, die wir einfach verbessern können noch. Alles schön auf Maximum bringen. Es war auch ein gutes zweites Auto stellen können. So, dann machen wir hier noch andere Teile rein, die noch ein bisschen Förderung gebrauchen können. Wobei so ein Originalmotor von 80 noch hochbringen, ich weiß ja nicht. Aber da haben sie wenigstens Beschäftigung und sitzen nicht nur doof rum. So, dann die Abreise. Hier ist noch die Frist für Sponsorenangebot. Die interessiert uns aber nicht. Das Sponsorenangebot ist ja eh so gering. Ja, wir gucken noch mal rein, dass es nur wirklich 100.000 sind. Das lohnt ja nicht. Das lohnt nicht. Nach dem Rennen sollen sie uns mal was Neues schicken. Vielleicht was Besseres. Und das da ist ja noch ein größerer Witz. Also, nee, überhaupt nicht. Kein Interesse dran. So, und dann machen wir weiter. Machen wir doch weiter, oder? Ja. So, und dann ist schon Abreisetag. Und ja, ich glaube, den gibt es dann im nächsten Video. Wenn wir dann zum Training gehen. Und ich will an dieser Stelle einfach sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe versucht, das Video zu retten. Und ja, ist jetzt ein kurzes Video. 11 Minuten oder so. Aber besser 11 Minuten ohne Gemeckers als 24 Minuten. Wovon 15 Minuten nur bla 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 sind. Ja. Wollte ich nicht hochladen. Habe mich dann für diesen Weg entschieden. Deshalb keine Hintergrundmusik, keine Klickgeräusche, kein bla bla bla. Sondern einfach nur mein Kommentar dessen, was ihr auf dem Bildschirm gesehen habt. Und jetzt habt ihr die Management Woche wenigstens nicht verpasst. Und dann geht es morgen weiter mit den normalen Videos. In denen ich mich dann zum Glück nicht mehr geäußert habe. Ja. Weil einmal auskotzen reicht ja. So, ich bin raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.